Sie wollen Ihre alten Möbel aufarbeiten, endlich selbst handwerklich aktiv werden oder haben eine Auftragsarbeit für uns? In unserer Hobby-Tischlerei finden Sie all diese Möglichkeiten. Mit Hilfe unseres Teams und einer Vielzahl an Spezialmaschinen können Sie vom Einbauschrank bis zum Kinderzimmer alles selbst bauen. Wir unterstützen Sie nicht nur bei der Planung und der Materialauswahl, sondern auch bei der Umsetzung Ihrer individuellen Projekte. Sehr lange Öffnungszeiten, gute Erreichbarkeit, rund um Service für Sie. Untertitelung des ZDF, 2020